Halleluja! Ja, oder so ähnlich. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ecklodom zu einem neuen Zwischendurch-Dings. Einen Zwergenfugst. Wir spielen heute das Spiel, das Online-Spiel Mörder. Ich bin heute scheinbar ein Mörderer, ein Mörderer. Press base to charge a stab at the wait time. Okay, da haben wir's. Das Spiel habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Es wird Zeit, das mal zu machen. Auf geht's. Ich werde es heute mal spielen. Okay, wie stellen wir das? Okay, wie ist die Steuerung? Achso, wo ist die Steuerung? Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht erwischt werden. Und zack! Da hat man den König getötet. Jetzt sind wir selbst der König. Wir ziehen seine Robe an. Sein Umrank. Und sind jetzt selbst der König. Und werden... ...und werden von Leuten angegriffen. Ha! Erzappt. Jetzt wird abgeführt und ins Kettchen geschossen. Oh! Das ist ein Butler. Der könnte... ...der könnte Böses wollen. Es ist grün, die Flüssigkeit. Deshalb... ...maß wahrscheinlich Gift. Ähm... Oh! Ja! Jetzt ist der Narr der König. Oh! So! Ja, gut. Ähm... Versuchen wir es nochmal. So! Lassen wir uns nicht erwischen. Oh! Da wurden wir schon am Anfang erwischt. Oh! Jetzt sind wir... Oh! Wir dürfen es nochmal versuchen. So! Und... Und... Und jetzt! Und... Und... Yes! So! Wir sind wiederkündig. Zack! Ziemlich brutal. So! Jetzt müssen wir uns schützen. Wir haben einen Gräfer. Okay. Wir müssen aufpassen. Warten. Und... Jetzt! Nein! Jetzt noch nicht! Ähm... Na? Es war noch zu früh. Und zu spät dürfen wir auch nicht. Ah! Da... Da... Ich bin mal ziemlich früh. Yes! So! Hinein mit dir ins Kernkröchen! Du tötest mich nicht! Ah! Du auch nicht! Mit deinem Giftstrank! Der König bleibt ungeschlagen! Doch der Narr kann ich nicht besiegen! Zack! Der Gift in der Hand! Ah! Der siegt! Keiner greift uns an! Und keiner stürzt uns vom Thron! Und... Ha! Nein! König Zwergi! Oh! Er hat so vergeschlagen! Ähm... Ja gut! Keine Bärens! Ah! Oh! Äh... Ja! Gut! Da! Nächste Runde! Ja! Ja! Na! Das klappt doch! Ja! Sehr gut! Da sind wir wieder König! Ich bin König! Na! Du erwischst mich nicht! Der ist schwierig! Der Typ mit dem Morgenstern! Ja! Ich muss mal gucken! Das ist mal richtig! Zur richtigen Zeit! Bevor er zuschlägt! Ja! Da haben wir dich! Wachen! Transportiert ihn ab! Oh! Da liegen schon ganz viele! Die Nadeln können wir einfach so erwischen! Müssen wir noch lange warten! Oh! Der hat ein Getränk! Ähm! Der wird uns was zu trinken geben! Aber nein! Er braucht auch nichts zu trinken! Jetzt haben wir vielleicht einen Unschuldigen! Getötet! Aber... Ähm! Wir sind kein gerechter König! So ist es halt... Der ist ja offensichtlich böse! Na! Ziemlich knapp ist das! Hr! Jetzt! Nein! Wir sind gleich hier! Deshalb greift der nicht mal an! Klingt wirklich ein Herzinfakt oder was? Ja! Verdammt! Das haben wir noch nicht so erfolgreich gemacht. Jetzt sind wir wieder ein anderer oder was? Ja, jetzt müssen wir den wieder umlegen. Na komm, das kriegen wir doch hin. Oh, Kacke! Das hat uns erwischt. Na komm. Warten. Das machen wir mit den ersten Abfahrten. Na komm. Coole Musik. Ich mach nichts. Ja! So, da sind wir wieder an der Reihe. Jetzt müssen wir uns verteidigen. He upp. Leichenpflaster mein Weg als König. Der ist echt der hauerndste Typ. Jetzt hab ich dich abtransportieren machen. Oh, da liegen schon ganz schön viele Skelette. Okay, wir versuchen mal. Wir gucken mal, was passiert. Etwas Brutes. Du willst nur was zu trinken geben. Ja. Getränk. Oh, ja. Haben wir gut überlebt. Okay. Wie der liegt jetzt. Sehr gut. Der wird uns vergiften. Tja, abtransportiert. Oh, ein Teller von der Leichen. Scheiße. In meine Tellerleiche. Scheiße. Ich bin das nicht gewesen. Na, irgendwie schon. Na gut. Na komm, können wir es diesmal schaffen. Nicht an dem Herzinfarkt zu sterben. Oder geht das immer automatisch? Na, getrunken haben wir ja was. Müssen wir halt ohne ohne Typmann kommen. Ganz alleine ohne. Oh, das wird wieder mal nix. Wieder Herzinfarkt. Oh, nee. Wir haben es geschafft. Wenn König wurde nicht getötet. Und Eternity. Und der Thron ist mein... Mahahahaha. Ich bin der böse König. Wir haben es geschafft. Wir haben den Königstron mitstiegen. Wie sieht der König? Da, 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 da. Der Mörer hat den Königstron bestiegen. Den Mörderskönig. Happy End? Fragezeichen. Hm. Ja, nochmal neu starten. Ja, wir haben es eigentlich schon geschafft. Jetzt müssen wir es nicht normal schaffen. Huh. Ja, gut. Oh, da liegt schon ein Leiche. Hat er nochmal geblinzelt. Na komm, vielleicht schaffen wir es jetzt im ersten. Fürst 2 im ersten an. Links. So, da müssen wir ein bisschen warten. Bis der hinten ist uns. So. Verhaftet. Was wäre denn der von uns? Der will nur kitzeln. Hä? What? I love always. Jetzt habe ich den geheiratet. Ha! Geil! Ich glaube, mein Kind ist ein bisschen, wie sagt man es politisch korrekt, zurückgeblieben. Äh, ich glaube, äh, ach du Schande. Jetzt halte ich jetzt König hier für den Schatzmeister oder was der ist. Für den Schatzmeister halte ich jetzt als König den, den Wölknüll. Oh, je. Und zwei mehr oder weniger wundervolle Kinder haben wir hier. Äh, ja. Alles klar. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dürfen mich nach oben, sollte das der Fall gewesen sein. Und, ja. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Und man sieht sich. Haut darin. Ciao, ciao. Mensch. Das ist doch putzig. Das ist doch putzig.